Was halten wir davon, wenn ich jetzt eine neue Aufnahme schlade? Halihoto meine, äh, keine Ahnung, äh, Fuß-Steps-Villager-Sklaven. Was ist das? Haben wir irgendwo noch ein Buch? Ja hier unten, dass wir fischen, sie eins, wo kann ich doch disenchanten? Das probiert doch niemand. Doch. Jo. Ach man kann, ach man kann ich disenchanten. Äh, das kann man... Oh. Meiner war schöner. Oh. Der war mickig. So, ich hätte aber gern zweimal, ich hätte auch gern für meine Arzt. Sehr gut, Eichsteck. Kann ich auf jeden Fall bitte rauskommen? Will kam einer hoch, bitte komm einer hoch. Bitte einer von euch und wenn ihr will, dann komm einer hoch bitte. Hier der, ich bin bloß auf. Guck. Hä? Guck dir mal an. Guck dir mal an, wie er den Bomben abbaut. Ich hab ihm gesagt, er soll ne Treppe reinbauen, er rafft's halt nicht. Was macht er denn? Er steckt sich an, er ist eigentlich hoch. Eichsteck, das ist das, was er zeigst für dein Video, bitte komm. Bitte komm her. Warte, wir können uns Bücherregal für neun Emeralds kaufen, falls wir zu fausend Leder sind. Wo ist Eichstecks? Eichsteck, Eichsteck. Ja, ich weiß, ich weiß. Guck. Eichh, Eichh, Eichh. Eichh, Eichh, Eichh. Warum wird eigentlich das Bruce-Bartier gepflanzt? Guck, mit so Feen da hin. Das Ding ist, den Dirt-Tour musst du danach auch weit machen, ne Armin? Könnt ihr endlich so einen komischen Buchtypen machen? Ich hab jetzt einen mit Efficiency 5 gemacht. Wer ist das? Ich hab dir ein Buch gelernt hat. Ich hab hier das Feld kaputt getrampelt, damit ich da Dinge platzieren kann. Warte, kann ich mir ein Buch kaufen von den Lappen? Oh, ich kann mir ein Buchchef kaufen. Ja, ich glaub, das mach ich auch, weil ich hab keinen Bock, mir Leder zu kaufen. Und dann kann ich das kaputt machen und dann kann ich Bücher haben. Ja, Sex. Mein Spitzhack ist gleich alle. Kann mir jemand ein Buch geben? Der hat so eine Batterie. Kann mir jemand ein Buch geben? Nein. Ich dachte, du hast neun Leder. Nehmst du von den Farben? Ja, aber ich hab grad Zucker aber weggebracht, weil ich dachte, ich brauch das. Äh, wenn du mir Leder suchst oder ein Buch, drei Bücher gibst? Ach, wenn ich dir drei Bücher gebe, kriege ich mal. Ey, der Scheiß-Holf greift mich schon wieder an, Eistrex. Mein Holz? Du hast grad gesagt, du hast mich angegriffen. Mein Holz. So, jetzt komm mehr Leder. Da. Drei Bücher. Ja, natürlich noch zum Abbauen, damit ich wieder umcraften muss. Ich hab kein Holz zu Arsch. Gib mir jetzt ein bisschen Holz. Ich brauch sonst die Wille ab. Was ist? Die Wille ab. Gib mir jetzt ein bisschen Holz. Gibt zwei Logs. Oder Armin ist vom Baum so, dann fang ich jetzt wieder hochgesteckt. Zwei Logs, das sind Blanks. Ich kann's mir auch gerne sechs Blanks geben. Und du kannst mir auch einfach so Scheiß-Bücherregal droppen können wie ein normaler Mensch. Mensch. Ja, Scheiße. Scheiße. Ja, ich hab grad selber sogar geparmt. Boog, Typ. Was ist los mit dir? Jetzt hab ich ein Buch und jetzt geh ich verzaubern. Ah, ich brauch noch Schnaps. So ein ewiges Spiel. Das lohnt sich. Eistig, ich brauch noch mal eins. Können für dich. Du hast die Emeralds. Da kauf ich dir doch eins. Nein, nein. Kein Bücherregal, sondern noch eins. Ach so. Ich hab schon geholt. Ich hab schon geholt. SPR Deutschland auch her. Ich brauch nur unseren Hauptüngern. Sollte sich noch eine zweite Spitze? Ah, warum Spotten Cree bei meinem Haus? Glaub' nicht. Ja, ohnehin mehr. Oh, der explodiert ist. Ah, der explodiert ist. Oh, der ist ja beim. Masch, heiße… Ach so, ich mach jetzt schon mal. Ja, das muss die Hände so auf Reset und bis dahin guten Traitor. Schnappes 1,0 der wärtige den Abfall gezogen. Wie so ist das jetzt mal, ich bin so faul Fackeln zu machen, ich wollte einfach Löcher in reinkommt er irgendeiner erst weiter 2 ist noch schlimmer was ist das ich habe keine doch ist doch ist es doch ist recht also noch sogar er lauf halt endlich dann kann mir einer wasser zaubern die kümmerings alles bekommen also auch die ganzen dinge auf den füllen wir haben aber es war nicht ich war gerade um schon dass jemand mein ding entgeklautert mein gold er ein tieres mann das kann man haben aber wie mit meinen nein mein holz am besten wir haben wir die fünf jaja was ist jetzt maximale protection oder eine frage war das jetzt so dass man an breaking mit mending haben konnte oder nicht ja du darfst kann er nicht mit dem linken ab und er hat noch mal so scheiße erzielt es ist nicht wenn ihr meistert es ist nicht so ein Verdacht nein er bleibt es ist nicht als ob es geht 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 mit uns geht es geht der Power für die der Power 5 1 5 0 0 0 was da hat heißen und welchen 2 die abschminken ich hab los gemacht was macht der dorfbewohner bei mir zwischen sie treiben gestellt am ending machen wir sehen oder das kommt ein hey gibt mich bitte das ist so ein scheiß game weiß dass ich mache das jetzt aber so 28 bis 28 besser um die zahlen sich rum würde ich nehmen ich bin so weit gezogen die leute auf youtube warten und bis ich meinen witz machen kann kann man davon kann man davon nicht kurz verzaubern gehen warte mal ich mache das jetzt leider auf youtube ich mache das jetzt extra für euch diesen also kann einer so tun dass wir der verzauber ging erstes kommen wird mal so das ist das bei euch ist so zum verzauber kommen ab und ab und lieb jetzt er zaubern nirgten ja war aber auch mal aus der kiste auch ja bis zu der kiste wie immer noch ein zweiter der wird vor die ganze Zeit bringt wenn ich meine wenn es in der kiste liegen lässt dann halt nicht oder wollen was für den kassel fischen die fünf typen ab 18 emeralds das ist scheiße 14 mit der ein baum abbauen oder so dann hast du den schon naja so langsam habe ich das gefühl das ist das ist ein scam das kann ja nicht sein vor der haus um vor der haus übel stehen das gesetz auch immer den drucken gesetzt hat er nämlich ihn jetzt und platin und ja dann bekommt sie kommt irgendwie schon beruf ja warte jetzt hat sich was besser das nein ich schlafen ok ähm ja wir haben eine alte ich bin mit effektiv 4 und 3 ja was gibt es zu mir was muss es geben kann ich dir nicht schlechte nachschlägen sowas ich suche jetzt erstmal ein paar kühle wo sei es mal dafür dann zu sooom ich looting habe ok wer ist sementa aufhören zu kiffen wer will skicken ne tatsächlich 4 3 2 5 ach das geht gar nicht jetzt sind wir den schaden darunter oder nicht ja ich mach ihn darunter das ist ein stylischer mein kopf dass das einfach den wohnen darunter abbauen kann ja ja hab ich gemacht rot runter ja genau wie mach ich die ne keine mine stone cobblestone wie macht man den cobblestone durch einen blockreinforcer level 1 also sagt man den code was sich mit mehle ganze zeit ich glaube er hat es heute schon gemacht 432 in familie die eine frage was ist das höchste effektiv die die eisen hast du ein fortune 2 buch ich habe ich habe jetzt habe ich eine fortune 3 fischen sie 5 die mensch pickaxe sind die euch zu liegen legen ja 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 nö warum sollte ich ne ich weiß nicht ob sich das ja ich komm ist armin eigentlich noch am lieb ja ich hab dir die ganze zeit nicht gesehen da hab ich auch noch nicht mehr gesehen was machst du die ganze zeit armin leg dich mal hin du sagst schlafen ja armin leg dich mal hin ja wer hat mein bett hat geboten ich bin es kann ja nur armin gewesen sein ich glaube ich bin jetzt warm häkel hä ja wohl der augermann aber kann man einer sich endlich schlafen legen ja ich bin warm bist du mein Ding hast mir nicht ich sehe an ist wie dass er nicht schlafen wird für jetzt gemacht nötig nötig wer war der Fall wer von euch hat OP ich hab's nicht gesehen ich hab's schlafen hallo was soll das hier hallo wer diesen scheiß Tür platziert 2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 wenn ich das habe die gründlich ja kann ich nicht kommen wir zu dir nach unten der punch 2 ist leider auch kein nennen melding du hast du und hier wixer teile ich bin ja aber nicht so dumm aber ich bin ziemlich dumm aber nicht so dumm ich dachte ich dachte ich das nicht aber ich bin echt schlau ich mache mit mit alle die erst gerne mir sein wird war jeder der die die erste netz ist kein immer kämpft ums überleben und wir machen so ein medizin prozent ab und ich einen guten preis kommt die frost walker so eine neue center sein letztes entscheidend so du bist es kurz auf länder ist ein entscheidend melek hat mir eine spitzhacke geben dann gehe ich auch in der anrichtung sie sind ja ich habe das und auch so was ich nicht in der führung der fischend die vier fort nach der dritte der normale eisenspitzhacke bitte habe ich mich hier kann es ja nicht laufen nach so aus dem miet zu flüssig ist wieder ein gewöhnlicher kundige erfolge ich nicht kriegst die er aber nicht welche finde die traurigste aufgabe und ich weiß ja was hat man noch entscheiden und will ich das was ich brauche ich will haltbarkeit melden denken schaden ist schaden ist schaden ist doch immer zu sagen er hat mich zu blockiert der beruf haben ja endlich muss ich schon kannst in der zeit keine ahnung du kannst rinder suchen die abschlachten melding für zwölf sehr scheiße machen 9 9 dafür saß ich gerade 4 253 432 melding 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 wir sind über studie abnehmen gelten wie du kannst du mir beherrn ich habe den Weg nach oben zu gebaut oder hat nicht mehr als er einer zigeuner aber hat er schon hat er nicht gemacht ja wir haben doch genug blöcke zu nehmen ich habe ne ich habe eure blöcke weil der geschehen lassen ich mache mit welchem heißen wirklich was habt ihr auch mal das muss doch nicht sein das heilige alt hätte ich irgendwas gemacht was ich verstehe was er meinte einfach nur nein obwohl ich so unten in der mine bin soll ich auf meine schwecke direkt ein minding minding mal über den korten von der light so ah hier ey nicht tippen er war acht hat sich ein idiot hoch gebaut aber wollte ich war jetzt auch nicht so dumm hoch bin ich da wohl kam ich da oben geht bin nach oben mit einem gerock ja okay und er hat aber er hat sich ein paar emmerits geben es mit elz wie viel brauchst du denn für zwei bücher wie für ein buch zwölbe ich für geile sagen weil manche die 22 22 er kann es auch dann die zwei bücher geben das ist das ganze was ich lehne und 3 6 gestern ist irgendwo namens ja im haus guter zu rufen aber ich schaffst du hast du hast du sagen er hat mir lebt wenn ich die erste finde dann gibst du mir so viele die er hat wie die Quelle großen den das hast du war schon drei heute schon die fünf männern auch gegen den großen einen dann abgeben wenn du zwei märchen er fischen die fünf männern anbieten mehr noch will aber sonn das ist eigentlich alles drauf das nicht mehr bekommen als ich dass der deal und mutigen der armen wird sich mal anstrengend spielst du jetzt auch so krass ist dafür aber alle aus dem motivierten zu suchen außen lässt es mich aber überstehen und sterben ich sagte dieses naja der probiert als die ganze zeit mit der achse steht die ganze zeit euch gleich wieder hoch und abwarten so jetzt habe ich endlich krasses erklärte zeigte die ganzen penis ab vor allem habe ich das mit das armen einfach nur blöcke werden platziert um Lenny zu nerven ich liebe diesen typen ein Bett im Inventar was soll das aber irgendwo er von meint abgebaut hat das kann ja nur eisig gewesen sein ich habe eine neue taktik aber das darf ich ja nicht nähen das ist mir scheißegal du bist du eigentlich komplett bestört ey was hab ich was und ist mir doch egal ich will mich nicht zu beleidigen direkt ich weiß was ich für den Päckchen habe oh Scheiße Amy hat mir vielleicht noch eine Spitzer gegeben weil ich alles kann so an was ich gerade eben vorhatte ich will es erledigt wird und übergehen okay aber jetzt jetzt kann ich damit noch nicht die Blöcke ab und hat noch ein bisschen geschmolzen sein da muss ich mir die wieder zurückgeben ja okay tropfen mir und gebe ich dir nur noch mal ach so ja ein bisschen mehr als neiner ne mehr habe ich nicht irgendwie widerstehen wenn du noch so weit geben hier nein ich meine Rokko gib mir das zu euch ich habe heute schon sehr effizient ich will die zu euch erst mal damit abgebaut schaß hier weil ich sie bekommen bei mir auch schaß er hofft mich zu schlagen sonst werde ich aggressiv ja okay so geht es mir ja ich habe das ist ja lustig hey ich verliebe ich bei Störungen und gut glaube ich manchmal einfach das was ich in der Hand habe mit es ist egal ich habe irgendwas gekleidet dafür lass mir mal redstone bitte bin hier unten habe ich noch mehr aber dann habe ich auch vor zum teil eigentlich immer auf heute und drei aber dann dann brauchen wir gar nicht mehr die hier das es sich lohnt aber ja man macht es sich immer macht ja der der vollständigkeit selber verkaufen verkaufen armin die fortune 3 spitz wo er den welt von ihr wahrscheinlich nicht mal verstehen wird denn sie ist unbezahlbar wo ist der typ der 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 traded hier bist du es bist du dumm ich will doch keinen effektiv hey der hat einen guten preis mach's denn in ruhe wo ist hier ein stickst du hast du alles durchgetrunken der hat einen stackpreis was hast du getan da habe ich mich vorhin auch gefragt landing man oh ich habe hier mal landing wir brauchen mal ein lava einmal wir müssen nachher hier mal ein paar raus recyceln kann sie nicht einfach umbringen nein nein dann werden die anderen akku wenn sie es sehen und dann verkaufen die für drei vater dann tüten wir die halt auch was ist jetzt ich habe zuerst mal einen plädchen abbauen oder einer teile es hat wenigstens töten alle wir sind eigentlich zu können weil armin über das weizenfeld machen ich habe vorhin ein kleines gemacht trocken kaputt gemacht ich stelle schon wieder die armin baulich drei blöcke hoch dann kann er dich nicht angreifen will ich aber nicht sind doch sterben wenn er sterben möchte ach der hat einen falsche angegeben das ist das beste was ich jemals gecraftet hatte er hat auch nur noch eine hose und schuhe und er hat nicht mal einen steil ja ja das ist der beste und da ist ein creeper hinter ihm und da wurde er in luft gehört so jetzt kann ich hier endlich marokko ich glaube ich stehe gleich in der tage also das hieß ganz genau wie viele die anster sind das stund aber nur wenn ihr kaution bezahlt ich sag dir den code von unserem haus 3456 glaube ich nicht hier drei live haus oder ich würde schon er kann sein dass es gerade leckt ne ich lecke nicht ich lutsche ja ja ich bin schlafen sagt mir liegt er lieb ich ich bin ein fuß nicht lieb noch nicht am in armin schlaf bitte heißt es soweit wieder schlafen geht mach sie ihn einfach armin sagt wenn du schläfst und lieb ich ich sehe mal noch dass er ich würde ihn gerade kicken ich würde ihn gerade kicken roccoli ach so ja ok ja ich bin geliebt geliebt new day, new life, new heart day the life dead by day bad daddy oh mein gott vergessen hast du kannst eine aufnahme anhaben ja ja 15 minuten nur hä ach stimmt stimmt wir haben einmal kurz untergebrochen da war es 8 glaube ich ich habe emeralds gefunden es ist nicht mehr im europäischen monge also ich bin wie eine Schlange ich schäle mich schön also manchmal nur noch heute sagen aber ich schäle so 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 das ist ein büchertyp von das war mal ein bücher so ich wusste dass bücher ungesund sind für die leber ja und alkohol ist schädlich für die Augen das heißt du willst also guck mal wenn alkohol schädlich für die Augen ist dann bleibt ja real dass das alkohol schädlich wenn etwas ist willst du damit sagen dass bücher für etwas anderes schädlich sind vielleicht für kack ja für was denn äh für bienen wir haben jetzt meine zuschauer weil bienen sehen alles nur in schwarzweichen und da bücher eigentlich nur in schwarzweichen schwarzweich ach schwarzweich ach schwarzweich kriegen die krebs Armin soll es nicht ein weizenfeld bauen macht er doch macht er doch gar der bote bergab auch glaube ich echt warum mit der hand äh was ist achso ja ich habe eine höhle aber die die sie gut aus ja was wollte ich machen ach ja genau heute warum das sieht gut aus melek ne 3 absolut sehr gut aus melek ah schade war fast was geworden sah aus wie als wäre hier dir ich bin ich glaube ich bin ja auch mal ich brauche anträglichen ja das versuche ich daran zu wie hast du es nicht in der spitzacke gehabt ne oder gut oder ich glaube mal wieder scheiße sogar hinter mir ja ich weiß ich habe mit mit das ist die 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 war ne aber ich habe es auch schon gesagt hier alles oder ein bisschen alle alle wenn sie nicht von uns Korscht wo ihr doch mehr dabei jetzt schon wer damit war auf einer kleinen Exkursion um wo man sich aber es lohnt sich nicht für mich die Städte abzubauen das hat genau so viel Gäste nicht hier allein ab ob ich habe weniger XP darf ich darf ich sie abbauen du du kriegst lieber die wir sind welche beim ending auf der spitze überhaupt sie da wird trotzdem nicht ja dann nachher hat der dritte über die Leute ja der üblich auf die Börse vielleicht sollten wir alle mal erklären was wir gerade machen überhaupt also das ganze älter haben sie sind halt so sehen wie der Typ schläft gleich ein war sechsmal geschehen manche Millionen hallo hier ist Lennart Lennart mit dem Punkt was ich so einfach zählen was nein zu viele ich habe mich rausgekommen nein dann hat nur noch ein buch in philippe oder also wenn man ja eigentlich hatte haben dann war dann nicht beides drauf haben meine nicht die mann geht nicht was macht ihr ich mache glaube ich immer noch ein dia geben aber wenn du nicht willst so auch werde ich nicht mit dem bogen schießen das ist das Leben auch gut xp mit anbieten dann geht er nicht kaputt obwohl stimmt mit anbieten wo ist ich werde ja nicht zu einem millionen mal schießen wir haben ja noch mal da bin ich anders an der anderen an den Kassabos der anbieten die externe guckt ja und ich mache an wie er die Scheiße ist und aber auch nicht mehr einsammelt ich habe kohle wenn ich bin dass ich anrecken oder höhle weder gesächsangelaufener leute ich habe mit meinem schönen homies anbrechen näher anbringen ein zu so gar kein fall brauche ich hier ein bisschen redstone ab aber wenn du dazu findet das einfach behalten ich habe die jahre gefunden ich meinte die ja ich meinte auch die jahre hat es ist glaube ich aber nur einer es sind zwei es sind drei ich kann mich nicht ganz entscheiden warte 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 du bist jetzt aber in den buch recht angelaufen und ich weiß nicht wenn du willst er war der es in 3 4 schon mindestens 4 er sind ein zwei drei vier ich kann es hier 30 minuten sind erreicht hallo meine lieben tschüss seine lieben schuppe also schieß und verpaste euch speziell für kinder deine mutter und zeigt das video bevor ihr das guckt das war das war ja nichts mehr sehen wo ich nur hier ich hab mich nie einmal bewegt oder wie genau ich werde die ja dann mache ich wie viel ich habe und ein oder zwei mehr und und der Gartner ist auch ein Gebarfassungs Röder und mehr als einbekommen haben ein schön er hat mir zu viel gegeben sie sind es wäre nicht man auch mal die Krüfte sind der Kunde kommt dann nicht auf uns ich habe mich an den Nürnberg gut wo die Jahre sind jetzt noch mehr an Lenni n und das am ende sind die minuten tot das länder egal was ein billiger aber ich liebe dich auch mal ein medik sagt das doch der dummer hund was machst du hier unten sehen wir wollen jetzt eine mine finden das ist einfach aber ein krasser diafeinder wie so ein sensor sich das mal aufgefallen kann es mir die ability geben ein von geburt an hast du kannst du mir schaden gern geben wenn ich auch gern warum sicher jetzt bekommt doch endlich mal an oder weise noch die ersten folgen von der rutsche dann müssten hier aber dadurch machst du kein plus wenn durch die ersten kann ich habe ich habe ich habe sich hier wird nur zu also kannst du 20 die erst damit aufbauen dann geht es kaputt deswegen würde ich überlegen ob du lieber wenn ich gleich dann habe ich heute und wirklich ich habe wieder die erst gefunden mir bringt mich die ganze zeit an während der mann hätte ich mal fünf sekunden gewartet weil man verlinnen ist zu spät weil die verlieren bin ich ja das merkt die wasser sagt bescheid die verlinnen beruflich mehr zu nicht erst ab abend oder auch wenn er hat mir die gegründet ich habe mir nicht gegründet es sind alle lehnen 18 um ein gott der ganzen Tag und er ist ein was gutes bekommen ich habe zwischen 27 die er sich hat Brustpanzer und Schuhe zu haben ich habe schon wieder hier